Musik Wir leben in einer Welt mit zunehmender Unsicherheit. In vielen Gegenden gibt es Kriege, Bürgerkriege, Deutschland exportiert Waffen. Hier wird Geschäft mit dem Tod gemacht. Vor zehn Jahren haben wir uns zusammengefunden und die Linke gegründet. Weil wir finden, es gibt keinen Grund, sich abzubinden mit solchen Verhältnissen, mit wachsender Armut auf der einen Seite und immer mehr privatem Reichtum auf der Gegenseite. Das muss sich ändern. Wir wollen tatsächlich soziale Gerechtigkeit, nicht nur in Sonntagsreden, sondern wir wollen etwas ändern. Dafür brauchen wir deine, dafür brauchen wir Ihre Unterstützung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017